Wir haben in dieser Woche ausgiebig über das Thema Wein berichtet, und zwar dem konkretes Vorhaben aus der Pfalz die Weinmajestäten abzuschaffen und künftig nur noch von Pfalz-Weinbotschaftern zu sprechen, haben meine Kollegin Petra Jung und Helena Walheim, wie ich finde, auch ein sehr engagiertes Pro und Contra zugeschrieben, was total richtig war, auch in beiden Positionen. Mir geht es nur bei diesem Thema um einen anderen Gedanken, den ich mit euch jetzt in dieser Kolumne teilen möchte. Zwar kann man natürlich sagen, man modernisiert dieses vielleicht etwas angestaubte Amt der Weinmajestäten, Weinprinzessin, Weinprinz, wie auch immer man es nennt. Allerdings finde ich, wenn wir nur noch von Weinmajestäten sprechen, dann ist dieses Thema Wein einfach herabgestuft, weil Wein, das ist für mich Identifikation, das hat für mich eine gewisse Wertigkeit, das ist die Botschaft von Rheinhessen als Weinanbaugebiet in die ganze Welt hinein. Und deswegen finde ich, sind Weinbotschafter, klingt so, als könnte das jeder sein, Weinprinzessin hat einfach eine ganze Wertigkeit, eine ganz andere Strahlkraft. Deswegen halte ich von dem Vorhaben der Felser, nur noch von Weinbotschaftern zu sprechen, nicht sonderlich viel, sondern würde dafür plädieren, dass auch in Rheinhessen weiterhin von meinen Majestäten Weinprinzessin gesprochen werden. Natürlich gibt es auch da, wie in allen Bereichen der Gesellschaft, ein gewisses Nachwuchsproblem, aber dem jetzt auf diese Art und Weise beizugeben, finde ich, stuft einfach diese Wertigkeit des Themas Wein und auch dieser Weinmajestäten herab. Deswegen plädiere ich dafür, dass in Rheinhessen an dem alten Konstrukt festgehalten wird. Ich finde das nach wie vor zeitgemäß sehr, sehr wertig, mit sehr großer Strahlkraft und glaube nicht, dass die Felser da auf dem richtigen Weg sind. Deswegen meine Bitte an dieser Stelle, an dem Thema Wein, nichts zu ändern, weiterhin in Rheinhessen Weinmajestäten zu küren, die auch gebührend zu feiern und diese dann tatsächlich ja mit einer Botschaft in die Region hinaus zu senden, aber mit einem entsprechenden Titel. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich natürlich zu dem Thema auf eure Kommentare, weil ich weiß, dass es dazu sehr diskutierende Meinungen gibt.